Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du bei der Suche nach Informationen im Internet so arbeiten kannst, dass du den Überblick behältst. Es geht in diesem Video nicht um die Benutzung der Suchmaschinen, dazu gibt es einen schönen Lernbaustein beim Internet-ABC, den ich dir in der Videobeschreibung verlinken werde. Vielmehr geht es hier darum, wie du mit den Suchergebnissen arbeiten kannst. Du kannst lernen, wie du sie in einem Notizendokument sammeln und die Quellen dazu aufbewahren kannst, sodass du später eine Präsentation und ein Handout zusammenstellen kannst, bei dem du alle Informationen parat hast und auch die Quellen richtig angeben kannst. Ich gehe in diesem Video davon aus, dass du mit einem Textverarbeitungsprogramm wie zum Beispiel Word umgehen kannst. Wenn du dabei noch Hilfe brauchst, verlinke ich dir ein paar Videos in der rechten oberen Ecke. Wenn du bei PowerPoint noch Hilfe brauchst, gibt es dazu ebenfalls rechts oben in der Ecke und in der Videobeschreibung ein Video von mir. Nun geht es aber los. Wenn du ein Referat zu einem Thema in der Schule vorbereiten sollst, dann findet der erste Schritt gar nicht am Computer statt. Er findet erstmal hier in deinem Kopf statt. Du solltest dir nämlich überlegen, was an deinem Thema wichtig ist, welche Dinge du erwähnen möchtest oder erwähnen musst, was hinein soll und was nicht hinein soll. Das machst du am besten, indem du ein paar Tage lang über dieses Thema nachdenkst, vielleicht schon mal in ein paar Büchern schaust oder ein paar Webseiten anguckst oder auch mit deinem Lehrer oder deiner Lehrerin darüber sprichst. Am besten formulierst du dann dabei ein paar Fragen, die du im Laufe deines Referats beantworten möchtest. Diese Fragen helfen dir gezielt nach Informationen zu suchen und wenn du dein Referat entsprechend aufbaust mit Fragen und diesen Antworten dazu, dann hilft es auch deinen Zuhörern, deinen Inhalt besser zu verstehen. Wenn du dir also nun Gedanken gemacht hast, dann solltest du nun ein Dokument öffnen, zum Beispiel in Word, wie ich hier, und dem eine Überschrift geben. Ich habe es jetzt mal Notizen zum Referat über Kaninchen genannt. Denn Kaninchen soll das Thema sein, an dem ich dir jetzt heute in diesem Beispiel zeige, wie das alles funktioniert. Ich habe außerdem zwei Überschriften in dieses Dokument eingefügt, allgemeine Quellen und Leitfragen. Zu den allgemeinen Quellen kommen wir später. Zunächst mal füge ich die Fragen ein, die ich mir jetzt eben im Vorfeld zu meinem Thema überlegt habe. Ich habe nun ein paar Leitfragen eingefügt. Bevor wir nun aber weitermachen, sollten wir das Dokument zuerst mal speichern. Das solltest du dir grundsätzlich merken. Speichere ein Dokument immer gleich am Anfang, damit nichts verloren geht, wenn du es aus Versehen schließt. Ich speichere also das Dokument und habe mir für mein Referat direkt einen eigenen Ordner angelegt, in dem ich alle Dokumente speichere, die mit diesem Referat zu tun haben. Also jetzt zum Beispiel diese Notizen, später dann auch die PowerPoint-Datei und die Datei, in der ich das Handout erstelle. Wenn du das so machst mit einem eigenen Ordner, hast du nachher immer alles beisammen und verlierst nichts bzw. musst nicht unnötig nach Dokumenten suchen. Ich nenne mein Dokument hier Notizen zum Referat über Kaninchen. Das passt und speichere es ab. Nun kann ich mich also auf die Suche nach den Informationen machen. Ich habe jetzt hier verschiedene Fragen formuliert und werde jetzt einfach mal nach Kaninchen suchen und gucken, ob ich zu irgendwelchen dieser Fragen Informationen finde. Dazu wechsle ich zu einer Suchmaschine, zum Beispiel zu FragFin und gebe hier nun einfach mal Kaninchen ein. Ich muss das Wort natürlich richtig schreiben, denn sonst finde ich eventuell die falschen Seiten. Nun bekomme ich ganz viele Suchergebnisse. Hier oben steht zum Beispiel die Überschrift einer Seite. Da steht Kaninchen zum Grundschul-Wiki. Dann steht hier immer ein bisschen Text, in dem meistens das Suchwort hervorgehoben ist und hier unten sehe ich die Webadresse, die URL der Seite, auf der das Ergebnis steht. Ich öffne diese Seiten am besten in einem neuen Tab. Auf einem Windows-Rechner drückst du dazu die Steuerungstaste beim Anklicken, beim Mac drückst du die Command-Taste. Hier finde ich nun also eine Seite, aber ich gucke gar nicht gleich die Seite an, sondern sehe mir erst mal weiter die Suchergebnisse an. Auch diese Seite bei Togo sieht ganz gut aus. Mache ich auch auf. Ich gehe aber wieder zurück zum alten Tab mit den Suchergebnissen. Kaninchen-Klexikon, das freie Kinderlexikon. Das sieht auch gut aus. Diese drei Seiten öffne ich nun mal hier. Ich habe nun also hier in drei Tabs drei verschiedene sogenannte Quellen. Quellen sind also die Seiten oder Bücher, von denen ich irgendwelche Informationen kriege und kann diese Quellen nun nacheinander durchlesen und prüfen, ob da irgendwas steht, was ich gebrauchen kann. Ich fange mal hier an mit der Seite aus dem Kinderlexikon-Klexikon und gucke nach, ob ich etwas finde, was meine Fragen beantworten kann. Wenn ich hier anfange zu lesen, dann merke ich, dass hier steht, das Kaninchen ist ein Säugetier oder ein Kaninchen ist ein Säugetier. Das würde also die Frage beantworten, zu welcher Tiergruppe Kaninchen gehören, sodass ich mir das gleich mal notiere. Hier sind wir. Und jetzt ist wichtig, dass ich mir immer gleich merke und aufschreibe bzw. kopiere, wo die Informationen herkamen. Diese Informationen kamen von dieser Klexikon-Seite. Deswegen klicke ich hier oben in die Adressleiste und kopiere die Webadresse, gehe zurück in mein Word-Dokument und füge das hier ein. So weiß ich, dass diese Information von dieser Webseite stammt. Das ist wichtig, denn später in meinem Handout und in meinem Referat muss ich immer angeben, woher meine Informationen stammen. Ich lese nun ein bisschen weiter. Hier finde ich zum Beispiel, wie leben Wildkaninchen? Auch das ist ja eine Frage, die ich mir notiert hatte. Sie leben in Gruppen, sie graben Tunnel bis zu drei Meter tief und verstecken sich vor Feinden. Das werde ich mir jetzt auch notieren. Ich schaue noch mal weiter. Gut, auch da nehme ich wieder die Adresse und füge sie direkt ein, damit ich weiß, diese Information kommt hierher. Die Frage, was fressen Kaninchen, kann ich auch hier beantworten. Steht nämlich hier, Kaninchen fressen Gras, Kräuter und so weiter. Dieser Satz ist jetzt so kurz und enthält einfach nur eine Liste mit den Dingen, die Kaninchen fressen. Den muss ich jetzt nicht schreiben in eigenen Worten, sondern den kopiere ich mir jetzt einfach rüber. Und auch hier hole ich gleich wieder die Adresse dazu, damit ich weiß, wo die Information herkommt. Hier habe ich nun also die Information kopiert und eingefügt. Das kannst du tun. Allerdings ist es besser, wenn du gleich in eigenen Worten formulierst. Denn wenn du später einfach nur kopierte Informationen vorträgst, dann wird das in der Regel nicht okay sein für ein Referat. In einem Referat sollst du ein Thema in eigenen Worten darstellen. Und dementsprechend solltest du auch gleich von Anfang an die Notizen in deinen eigenen Worten machen. Das ist zwar etwas aufwendiger, aber du musst ja auch verstehen, was du da vorträgst. Und das tust du in der Regel nicht, wenn du einfach nur Informationen zusammen kopierst. Ich habe nun also hier verschiedene meiner Fragen schon ein bisschen beantwortet. Da brauche ich noch wesentlich mehr Informationen, denn es stehen ja hier nur ganz kurze Notizen. Und das Wichtige war eben, dass ich immer die Quelle, die Webadresse mit dazu gespeichert habe. Ich merke jetzt, dass diese Seite im Klexikon wohl für ganz viele meiner Fragen eine gute Quelle ist. Deswegen kopiere ich mir auch diese Webadresse unter allgemeine Quellen. Ich nehme sie einfach von hier und packe sie hier oben rein. Diese allgemeinen Quellen sind sozusagen eine Liste von Seiten, bei denen ich merke, hier steht ganz viel Interessantes zu meinem Thema. Und die will ich mir einfach merken, damit ich später nochmal zurückkommen kann. In diesem Fall ist es jetzt auch hier unten nochmal vorgekommen, deswegen ist es doppelt. Aber da das ein Notizendokument ist, macht das gar nichts, dass die Informationen hier auch doppelt stehen. So würde ich nun an meinem Notizendokument weiterarbeiten, zwischendurch immer mal wieder speichern und so einfach Informationen zusammentragen. Nun kannst du also auf diese Weise verschiedene Quellen anschauen, durchlesen, über das gelesene Nachdenken und dir deine Notizen zusammentragen. Denke immer an die Quellen und überlege dir dann im nächsten Schritt, in welcher Reihenfolge du die Informationen vorstellen möchtest, damit sie möglichst gut verständlich sind. Das war es für dieses Video. Ich hoffe, die Informationen waren nützlich für dich und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Referat. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.